Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Speck Ops. Hier geblieben! Stehen bleiben! Halbfachter tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die 33. Jahrzehnte! Zivilisten! Attacke! Mist! Feuer erwidern! Das sind seine Daten! Sie töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los, feier! Schluss nachladen! Gebt mit der Gold! Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss! Befehle erhalten! Wir haben hier! Ja! 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 Vielleicht ist das Ganze... Feuer! Feuer! Wir brauchen Verstärkung! Nicht so gut! Das ist ein Befehl! Das hält sie auf Trapp! Delta kommt! Hebt mir Deckung ihr Penner! Russia 2-2 Bravo! Verstehen! Nicht möglich! Wiederhole! Nicht möglich! Weg am Schneider! Okay! CIA? Wieso sind wir CIA? Scheiße! Ähm... Auf! Weg hier! Weg hier! OK! Ich muss jetzt電 Turm noch was leise machen. So! Dann können wir weiterspielen! Leide nach! Ich bin nervös! Nein, ich muss nachladen. Ich habe so gut keine Schutz mehr für die. Das ist natürlich jetzt super. Ah, schön. Okay. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist natürlich wirklich scheiße. Ich möchte heute nicht noch mal sterben eigentlich. Naja. Ich glaube, das kann ich nicht vermeiden. No fire in the camp. Pass the drum, then leave the camp. Keine Waffen im Lager. Okay, wir verstoßen scheinbar Stück dagegen. Mal gucken, was die bei uns machen. Oh, das war ein Lager. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu Pflicht bewusst. Die 33. Mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Okay, also... Nein, bitte. Es gibt Probleme. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch das selber fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Lieb. Ungelegt des perfekten Abschieds. Er ist uns mit Nächsten. Sie können auch... Nein! Verdammt, wieso? Okay, nochmal. Also die 33. ist desertiert. Die C.A.L. ist scheinbar bei uns. Äh, die wurde vor unseren Augen erschossen. Schön. Bitte, ich will nicht sterben. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh, shit. Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Warum? Ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Lied. Nämlich das perfekte Abschiedslied. Nein. Also die 33. die wir suchen, ist desertiert und wir kämpfen gerade gegen die. Super. Also ist alles... Vorsicht! ... eigentlich gar nicht nötig gewesen. Gerade da, weg mich! Weg dich! ... eigentlich nicht nötig gewesen. Fein drückt vor! Er kommt aus der Deckung! Drückt vor! Radarabwerfer! Da unten ist es rein. Hafein! Ähm... Super. Ich muss die Musik noch leiser stellen. Ich habe Angst, dass der GEMA da ein bisschen Scheiß macht. Mir leid, dass ich jetzt immer wieder unterbreche und neu laden muss und so weiter. Aber das ist doch besser, als wenn ihr gar kein Schuss macht. Fuck, ihr werdet nur so voll, Soldaten! Erledigt sie, so lange sie ungedacht sind! Lasst sie nicht durchkommen! Ja. Ähm. Schick nicht aus! KONATE! ZIEHL AN BUGEN! So. Mit wem spielen wir jetzt eigentlich alles gegen hier? CIA? Scheinbar nicht. FALT AN BUGEN! Da schießt noch einer. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Wo ist der? Vorsicht! Schrotz in der Wandmarsch! Sieh in der Liste! Lass mal! Gib mir Deckung! So. Unterwegs! Ah! Da ist der. Juno! Ich mache es mal nicht unzusetzen, mein Ziel! Nein! Sie ist tot! Schalt am Bogen! Ich schieße!